so freunde willkommen zurück hier auf mafia 3 muss erstmal wieder zurecht finden hier kein medikit mehr man hat nicht viel kohle haben wir dann dabei 929 drei schuss da haben wir mal nach wie war das mit an pfeifen mir wird jetzt noch gerade keiner angezeigt wenn ich von da schickes ding exit ok schick georgie dich ich habe ihn gefunden jetzt kann ich die kind nicht vertreten ich rette lieber meinen arsch ich kann sie meinen neuesten folgen mir jetzt um nein oh man das war jetzt so nicht geplant geh mal wieder runter ach mensch muss man ich habe schon länger nicht mehr gespielt ich habe ihn nicht gesehen ich habe doch gar keinen neger bestellt was für ausdrücke alter warte mal wie war das jetzt in der hau ach so das ist zuhauen ja man so das ist ich muss ich mir merken ja ich habe länger nicht gespielt da fehlt so ein bisschen die der laner zu ich weiß dass da oben boah scheiße alter der kann gut schießen oder der die waffe die ich brauche aber aber ist dann schwer mit mit der steuerung weil das warte mal ich stelle mir das war ein dass das nicht ganz so schnell geht ja schon das bild aber schön gemalt das sieht auf jeden fall nicht fotografiert aus so 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 funktionieren so dann wird er nichts Wir müssen diesen Arsch finden. So. Das mal dazu. Oh. Oh, ich wollte gerade die Knarre wechseln. Da hab ich geknallt. Da hab ich Mama. Alter, ich bin voll raus. Ey, okay, dahinten springt noch an. Das ist ja mal geil aus, irgendwie so ein bisschen. In den Gebäuden, die sollen von der Straße wahrscheinlich ablenken oder sowas. Okay. Wir bitten, dass du hier irgendwo steckst. Zeug dich. Komm raus, dann machen wir es kurz. Versprochen. Ich. Er wird kaum was mitkriegen. So. Mal ein bisschen aufmerksam auf uns. Der große Tag seines Zorns ist angebrochen. Der große Tag seines Zorns ist angebrochen. Wo ist er hin? Ihr könnt aufhören, ihn zu suchen, wenn er tot ist. Das ist die Macht der weißen Rasse. Ihr habt ihn verjahst. Sieh nach, auf du ihn findest. Gefunden. So. Den Schuss trifft jeder. Der kommt damit, dann kommt... Das kann ich. Oha, ich denke, du musst dir eher unser Merk. Boah, das war jetzt echt knapp, ey. Vor allem hat er eine Schrotgang dabei. So. So, ich weiß, dass da oben ist noch einer. Ich habe vielleicht ein Glück. Der soll mal schön lockt, keine Ahnung, wo das Arschloch ist. Der Wichser hat mich unterschätzt. Oh, der kommt jetzt auch hier rüber, das ist schön. Moppelkotze jetzt hier alles ab hier. Scheiße, wie konnten... Opa. Können wir da reingucken? Wo bist du hin? Jetzt kommt die Idee. Was schießt der da? Oh, was schießt der da? Oh, Mann. Wenn ich dich finde, bist du verdammt nochmal tot. Gleich warte, bis er hier ist. Da kann ich den auch aufsammeln. Wo ist er hin? Oh, der hat auch so eine Uzi dabei. Ich bin einmal hier drüben. Ja, ich habe dich gesehen da hinten. Wunder, Söhnchen. Ich muss nachladen. Scheiße. Der ist hier. Ein nur? Wir könnten uns auch friedlich einigen. Du brauchst nur zu sterben. Da hinten, der ist erst zu weit weg. Mir wird auch keiner mehr auf der Karte angezeigt. Ich verkrieche ich mich. Verschaff mir das Zeit. Wir sind einer weniger. Pfeifen wir uns mal hier oben ein zusammen. Da hinten. Wo hast du mich? Der Typ hat die Pflege gemacht. Wo zum Geier ist er hin? Er ist doch hier. Findet ihn. Wir finden dich, Schwanzlobe. Die Zeit ist eine Schlampe. Wieder ein Bruder zu beerdigen. Das muss bei dir. Das muss für Dini sein oder so. So. Ja, mal gucken, ob er rüberkommt. He he he. Hier muss ich echt sneaky vorgehen. Zwei? Ist er wieder zurückgelaufen? Ja, vielleicht nicht. Geh es nicht weiter. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ich den erwische. Wahrscheinlich als Deckung. Jetzt gehen wir mal wieder zurück. Scharfsschützengewehr. Scharfsschützengewehr. Das war das Scharfsschützengewehr. Okay, Munition. Oh, warte mal. Jawoll. Was ein kranker Psychopath, ey. Ich traue dem Ganzen nicht hier. Oh. Ich traue dem Ganzen nicht zum Ring. Ich fliege am Boden wie eine beschissene Flunderbar, ey. Scheiße. Der ist durch die Luft, denn der ist in der Welt keinen schöneren Ausblick als von dort oben. Aber was soll es euch nicht sein? Okay, weg hier. Den, da bin ich geschützt, da. Falls sie rüberkommen. Und du darfst ruhig runtergehen. Er bleibt erst mal da stehen. Oh, Mann. Geh mit der Hälfte geheilt. Ich will jetzt aber noch nicht das Medipack verballern. Okay. Oh. Hui, ei, ei, ei. Haben wir von hier aus, ne? Er steht immer mit einer Hand. So. Nicht vorne weg, sondern irgendwie schräg rechts weg. Dass du, wenn ich schon gesagt habe, die anzusneaken. Oh. Komm, wir werden auch klauen. Oh. 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 Dieser feige Sack. Gut, das könnte man von mir wahrscheinlich als aufbauen. Ach, was du da wie muss. Ja, aber ich will überleben. Nicht wieder abkratzen. Ja. 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 Na ja, anders geht's nicht. Revolver. Ist da was drin? Nein, ist es nicht. Okay, wir sind jetzt. Das blinkt ja denn eine ganze Zeit. Okay, da geht's nicht, weil ich muss da oben rein. Das ist ganz schön, ganz schön dunkel. Gut. Oh, okay. Das ist ganz schön. Oh, okay. Ich bin das. Ich bin da oben. Oh, okay. Das ist die, wenn ich nicht. Ja, okay. Also, man kann ja vom Leben eines Sklaven halten, was man will, aber es hat das Leger-Volk näher zu Gott gebracht, hat viele Seelen gerettet vor dem fröhrigen Fuhl, so viel ist klar. Aber sie wurden bei es rückfällig, schletten zurück zu den Gebräuchen ihrer afrikanischen Hades und ein ältester namens... Wo ist der hin? Der gute alte Papa Virgil, also der nahm einen neuen Namen an, Baron Samadine. Ich geb die Suche nicht auf! Boah, bis man trifft, ne? Ich seh nix da drin. Ich hab noch die Green Screen, aber die Lampe, die stört nicht. Das ist schlecht, äh, sehr schlecht ausgestrahlt, würde ich hier sagen. Ich weiß, hier war noch einer. Der ist wahrscheinlich die andere. Das Böse im Dunkeln wusste, dass seine Zeit gekommen war. Männer, Frauen, sogar Kinder verschwanden. Da kitteln die Leute mächtig und... Im ganzen Dorf flüsterte man einen Namen. Rukuru, Rukuru, Rukuru... Rukuru, Rukuru... Oh Mann, was eine kranke Funksprüche, ey. Oh Mann, was eine kranke Funksprüche, ey.